Christoph, NATO-Gipfel in Washington. Erste Ergebnisse, wenn man so will, hat es bereits gegeben. Die Ukraine wird weiter unterstützt, weitere Raketenabwehrsysteme, viel Munition soll geliefert werden. Wie sind denn da die Reaktionen des Kreml auf das, was da in Washington aktuell abläuft und passiert? Also ich habe jetzt noch nichts Aktuelles vom Kreml. Was wir haben, sind wie häufig die Kriegsreporter, die Kreml nahen. Da gibt es das Portal Zwei Majore und da heißt es dann relativ kurz und knapp, der Westen verdient mit der Waffenproduktion, mit der Unterstützung der Ukrainer viel Geld und das wird weitergehen. Man macht Profit. Ich denke nicht, dass der Kreml, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, besonders überrascht ist von dem bisherigen Verlauf des NATO-Gipfels in den Vereinigten Staaten. Die Ukraine hat keine Beitrittseinladung bekommen oder zumindest bisher noch nicht, wird sie wohl auch nicht kriegen. Das war erwartet worden. Es gibt Flugabwehrsysteme, vor allem von Typ Patriot. Auch das haben die Russen so kommen sehen. Also von daher läuft das alles in dem Rahmen ab, den man hier tatsächlich auch einkalkuliert hat. Das war erwartet, dass der Kreml ist.